Rilke hat da was gesagt. Und ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, Geduld zu haben, gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben könnten. Und es handelt sich nicht darum, alles zu leben. Das war ein Fehler. Es handelt sich darum. Alles zu leben. Los, reden Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.